Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 von Towns, und zwar in der zweiten Staffel. Ja, der Michael hat ja geschrieben, wir haben hier unten ja irgendwo ein Steinlager und das wäre sinnig, denn wir dieses Steinlager jetzt hier umändern würden und das nach da oben legen. Dann wollen wir hier gucken, was machen wir hier? Ja, gute Frage, ne? Flint, Bamboo, Holz wäre möglich. Sand, Snowpile, ne, das brauchen wir alles wirklich nicht. Dreck, Eisenglas, wir können auch was ganz anderes nehmen, so ist es ja nicht, ne? Wo sind denn hier so Green Color? Komm hier, die 17, die nehmen wir doch mal schon mal, oder? Die brauchen wir bestimmt irgendwann mal. Gut, okay, Steinlager ist dann durch, ach ne, ist nicht durch, da haben wir das Steinlager wahrscheinlich nicht ausgewählt. Das müssen wir streichen, ne? So, und das müssen wir Neues machen und das soll hier oben sein. Gut, und das ist hier. Und machen wir erstmal hier hin und ich glaube, wir können es ruhig erstmal größer machen, später können wir es immer noch verändern. 40 Steine kommen da rein. So, jetzt holen die auch die Steine wahrscheinlich und bringen die da alle rein, ne? So, hier wird schon gebaut. Massiv wahrscheinlich hier die eigenen vier Wände. Und hier haben wir noch Fensterläden gelassen. Äh, Fensterläden, Fensterlöcher für Fenster gelassen. Das müssen wir dann auch noch hinkriegen. Hier sollten wir vielleicht überlegen, dass wir einen Gang machen, der hier hingeht und dann da lang, ne, oder? Können wir ja schon mal ein paar Mauern andeuten, wie die sein werden auf Dauer, oder? Da weiß ich noch nicht, wie es da ist. Aber auf jeden Fall sollten wir da einen Stein haben. Und da was. Und ich glaube, wir machen das mal so, ne? Eins, zwei, drei, vier, genau. Und gegenüber kann ja dann auch noch ein Räumlein sein, ne? So angedeutet nur. Äh, ja, einer und dann kommt schon die Tür. Drei. Und dann machen wir das auch noch so zu. Dann wäre das der zweite Raum. Für unseren Helden, der da vielleicht nicht kommen wird. Oder doch? Holz ist da noch im Weg. Gut. Da noch was hin. Da noch was hin. Da kann ruhig auch noch was hin. Ja, wir kommen über diesen Weg dann dahin, ne? Würde ich mal sagen, oder? Ja. Diese Fenster, die können wir dann auch knicken, ne? Wofür sollten da Fenster sein, wenn wir da den Masonry gemacht haben? Denk mal, so ist schon gut. Ach so, vielleicht hier noch ein paar Fenster, ne? Dann mal schnellstens da hin. Da keinen hin und da machen wir auch keinen hin. Das Holz könnte mal woanders hingebracht werden. Gut. Aber das haben wir jetzt. Der Platz ist passend. Gehen wir mal in den Keller, nochmal gucken, wie es hier aussieht. Da ist ein bisschen mehr Platz gewesen jetzt. Ah, ne, hier ist zu sogar, ne? Genau. Hier könnten wir noch was gucken gehen. Dafür bauen wir mal hier ab. Ich glaube, das können wir gefahrlos machen, oder? Ah, obwohl so richtig gefahrlos wird schon nicht hier noch Wasser sein, oder? Wäre, wäre ganz fatal. Gut, gucken wir hier weiter. Ja, ich riskiere das mal und setze hier hinten noch einen hin. Äh. Die können wir alle wegmachen. Hier geht's auch noch weiter. Machen wir doch da mal einen weg. Aha, jetzt geht einer nach hier hinten. Aber wir haben groß kein Sichtfeld erweitert. Schade. Wäre schön gewesen, wenn wir da mehr sehen, ne? Hier unten vielleicht noch einen. Ich möchte ja auch was entdecken, ne? Guck mal, da geht dann das wahrscheinlich auch noch weg. Ach, komm, wir nehmen den Eckstein hier auch noch weg. Okay, es wird dunkel. Da wird abgebaut. Da hat einer den grünen Schleim geholt, um das ins Lager zu stecken. Da oben wird abgebaut, können aber nicht viel weiter sehen. Auch wieder schade, ne? Die drei Bomben bauen wir auch noch ab. Hier oben wird noch gemacht. Okay, jetzt geht's hier weiter. Ah, da. Ich dachte hier, wäre schön gewesen. Ah, guck, da geht er da rüber. Der guckt jetzt hier hin. Guck mal, das ist nur das eine Feld frei geworden. Auch schön, ne? Ah, hier können wir schon mal einen Originalstein wegnehmen. Hm. Das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Hier unten wird's gemacht. Ne. Ah, Spinne wird angegriffen. Können wir auch gleich schon mehr sehen. Geschafft. Locker. Den Hut auf. Jetzt ist die hier an der Wand gegangen. Konnte Nick sehen, ne? Die machen jetzt alle hier weg. Egal, wie viel Fläche da ist. So, einer hier hinten. Genau. Oh. Gut, dass da ein grüner Schleim ist, ne? Deswegen sehen wir mehr. Sonst hätten wir auch nicht mehr gesehen. Die sind sehr passiv hier. Zwei mal 500 und dann ist er kaputt, oder wie? Da passiert jetzt nicht ganz viel. Jetzt wird's auch schon ernst für den Kollegen wahrscheinlich. Nö, doch noch nicht. Die Rüstung ist doch einigermaßen gut, ne? Ja, er braucht wohl Hilfe. Oder? Fein. Ich glaube, noch zwei Spinnen sind's. Jetzt ist nur noch einer. Ne, es sind immer noch zwei Spinnen. Jetzt ist noch einer. Aber das sollte er auch schaffen, oder? Okay, jetzt geh aber mal besser weg. Weil jetzt kannst du nicht mehr. Ja. Heilung. Aha, wir haben noch kein Krankenzimmer. Kann das sein? Müssen wir auch noch machen. Gut, hier unten sieht's ja einigermaßen schick jetzt aus. Den dürfen wir nicht wegmachen, sonst haben wir das Wasser im Haus. Und hier müssen wir auch aufpassen. Gut, gehen wir hoch wegen dem Krankenzimmer. Haben wir da was? Glaube nicht, ne? Okay, da wird schon weitergearbeitet. Doch, haben wir doch schon hier. Okay, prima. Ist auch zu. Ist auch zu. Mit Überbauung. Gut, was macht's Essen? Äh, da. Drei Brote. Keine Äpfel. Zwei Birnen. Äpfel wachsen gerade hier auch schlecht, oder? Müssen wir hier noch Nachschub holen. Okay. Hier wollten wir noch irgendwas bauen. Klappt aber auch nicht so ganz. Das sieht schon ganz ordentlich aus hier mit der Farm. Okay, hier, das ist noch normales Holz, ne? Gut. Kuh haben wir. Schweine haben wir. Ja, hier drinnen haben wir auch schon was gemacht. Da sind sogar ein paar Türen. Das ist aber auch nicht verkehrt. Hier wird gegessen. Fleisch ist da. Mehl, licht, lämende Tretmühle. Was wird hier eingelagert? Nix. Da sind zwei Brote drin. Jetzt sind's drei. Jetzt nur noch zwei. Okay. Eigentlich müsste das hier sein und das da sein, weil der Weg ist ja dann einfacher, ne? Naja. Ist jetzt so. Lass mal so. Die sind alle am Ernten. Ist wohl relativ wichtig. Viele Ernteleute da. Oh. Äpfel auf. Was macht denn hier unser Lager leer? Bin ich gespannt, ob da einer mal was reinlegen wird. Eigentlich müssten die Äpfel da ja alle hingebracht werden, oder? Steinlager ist weg. Das müsste jetzt hier sein und ist auch ganz gut schon gefüllt. Hier sieht's unten aus. Ja. Wo haben sie denn die grünen hingebracht? Die hätten wir doch da oben, oder? Ach doch, sind auch dran, ne? Passt. Hm. Ja, lichttechnisch, ne? Da geht dann noch was unten. Ist jetzt alles hier viel zu dunkel. So. Kerze. Gibt es hier. So, eins, zwei, drei. War das richtig? Ja, ne? Ja. Kerze. Ich glaub dann hier auch eine, oder? Kerze. Kerze. Eins, zwei, drei. Kerze. Kommt das hin? Ja. Und da auch einer. Kerze. Wie ist denn die Happiness überhaupt? 22 nur. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier irgendwie ein Problem, ne? So, eins, zwei, drei. Da muss ne Kerze hin. So, da haben wir schon einige Kerzen dann, ne? Und da muss auch ne Kerze hin. Da müssen wir was für wegreißen. Okay, kommen auch Kerzen? Das ist die nächste Frage, ne? Ich glaube, bis jetzt nicht. Da oben kann noch auf jeden Fall eine hin. Da fehlt's dann auch an Platzmöglichkeiten. Weil erst mal sieht das ja alle gut aus, oder? Geht hier noch was? Ne, da müsste sie da hin. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kerze. Eins, drei. Eins, zwei, drei. Kerze. Das passt dann. Da müsste sie hin. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kerze. Ah, ich glaube, die ist schon was Neues, oder? Oder vertue ich mich? Kann auch sein. Ne, ich glaube, die zwei Kerzen sind schon passend. Was brauchen wir? Stein und Holz, oder? Ja. Der holt den grünen da weg. Da haben wir eine Kerze. Kerze. So, eins, zwei, drei. Warte, muss ich... Doch. Hier müsste die Kerze sein, genau. Und eins, zwei, drei. Das heißt, hier muss auch eine hin. In der Hoffnung, dass das klappt. Das baut aber keine Kerzen, ne? Das ist Tag. Schön. Holz wird gefällt. Hörig, ein Holzlager. Ach, da. Ach, da. Ja, das Holzlager, das müssen wir auch noch verschieben. Das ist im Weg. Ja, die Äpfel werden nicht eingelagert. Obwohl hier genug sind, die holen sie und essen die direkt. Die haben zu viele Aufgaben. Happiness ist 19. Ja. Da fängt das schon an jetzt mit dem Dingens, oder wie sehe ich das? Hm. Haben wir jetzt schon wieder so ein Problem mit dem Spielstand? Das wäre ja echt schlecht. Okay. Aber nichtsdestotrotz, würde ich sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.